Ja, ist doch normal. Wieso Rochelle? Hallo? Ja, weiß ich auch nicht. Ich hab doch ganz weit auf die geschossen. Ja und? Ist mir noch egal. Die wollte ich eigentlich auch nehmen, aber ich weiß gar nicht, wo die her hatte. Hatte die die noch vom letzten Mal? War ein super killer. Bleibt der jetzt, sollen wir jetzt nur für den Benzin sammeln oder was? Weiß ja nicht, wahrscheinlich. Fünfter Mann. Wie wär's mit den? Fünfter Mann oder so? Nehmen Schuss. Ah, nimm mal einen Schuss. Nehme ich jetzt auch. So. Jetzt haben wir eine gute Pistolen hier. Ah. Ja, den Defi ist dahin geschnitten, ne? Ja, nimm mal den Defi. Achso. Ähm. Genau, dann nehme ich das Pack noch mit. Egal, den Defi werden wir wohl noch finden. Nimm den Defi lieber. Oder ne Robin. Komm. Ey, nimm doch. Was machst du? Aber nur so schießen, du kannst doch hier immer wieder nachladen. Naja. Ich könnte auch die hier nehmen. Hatt' ich aber vorher schon. Ja, ich weiß. Nimm die hier. Obwohl. Komm. Ja, ne? Oh, warte mal. Ist das was ich mache? Was? Ich ne Medipack sind die denn bitte? Deswegen ja. Ich heile mich erstmal. Jetzt geht's los. Ich habe mich schon einmal geheilt eben. Ich glaube ich heile mich nochmal komplett. Ja. Ich nehme das letzte dann noch. Aber hier kommen ja eh nicht wieder her. Ne. Sicher ist sicher. Wollen wir? Äh, ja können wir. Ja. Dann weiter geht's. Wow, was ist das für Musik gerade. Ich weiß ja nicht. Aber ich knall jetzt schon die ersten Zombies ab. Ja, jetzt wird's richtig süß für uns. Süße Zombies, ne? Ja, ich weiß. Süße Zombies gibt's jetzt. Oh oh. Das war doch klar. Ja. Danke. Ja. Mann war das schnell tot. Ich hab auch die Vorhörungen geleistet. Ich hab auch die Vorhörungen geleistet. Natürlich. Wo ist sie denn? Wer? Die Witch. Ach so. Adrenalinschutz hier! Ja, der ist meiner. Mecker nicht rum und schreie nicht so rum, wie du einen anderen Linschutz gefunden hast. Bild afro. Kuckuck. Wolland kannst du? Hier draußen, links bin ich rausgegangen. Ja. Bin hier hinten noch. Die sind die. Die sind die. Die sind die. Die sind die. Irgendwo musst du... Ach. Hier ist ein Kornasbäufer, ne? Ja, deswegen ja. Willst du? Ach, du bist da hinten. Ich bin mit denen alle hier. Ja. Aber willst du wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ich bleib auf Sniper. So schön von weit Distanz kannst du mal schön abknallen. Ja, ja. Ja. Irgendwo muss die alte doch sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Egal. Ich bin hier hinten mal ganz offen. Char Char. Ja. Ja. Ey, weißt du. Wir zusammen würden den Char Char nicht vor unseren Bein zum Fallen kriegen. Die schaffen das. Ja, das ist normal. Wow. Oh, du hast auch gleichberechtigung bekommen. So, wir sollten weiter, bevor wir irgendwie hier schnarchen. Oh, oh. Ach so, ich hab ihn schon gekült. Weil irgendwo ist sie hier. Na ja. Ja. Volli gerne auf andere Menschen. Boah, blendet die Sonne. Boah, ist das widerlich. Oh. Ist er da? Kommt Zombie. Ja, renne mal den Weg die ganze Zeit. Oh. Alter. Komm mir mal. Hallo? Oh. Oh, oh. Oh, scheiße. Ich brauche Hilfe. Oh, oh. 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 Aufversicht! Oh. Oh. Jetzt tot. Hey, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Weißt du. Rochelle, die wartet hier erstmal. Hauptsache mich erstmal heil kriegen. Ist klar. Ja, ich werde erstmal geheilt. also froh dass du den ist ein peck noch egal irgendwo oben irgendwo oben das hört sich ganz nah an ja boah nick junge soja die kommen schon zu dir ja mach ruhig mach ruhig können wir dann oder regenwerft ist wie mein kopf leckt dann ein bisschen ja nick und jetzt manchmal versteht ja ich habe waffe gewechselt ich bin so ich bin so ein zombie magnet neulich fett und schwarz bin oder wat warte mal fröhliche weihnachten wo zielst du da drauf wollen wir mal weiter ich geh noch weiter okay wie gestern alles klar warum hast du die witch ich hab die witch die ganze zeit angeschossene ja aber ich hab sie angeschossen du hast schon aufgeschreckt komisch ne ja weil ich kräftig doch nicht machen waka hula bei den waffen nachbauen weiß ich nicht hör sie nicht da oben ja da sie kommt komm her warum lockst du die eigentlich im armen ich verstehe es nicht boah was ist denn jetzt hier los da oben pass auf ja nick und rochelle machen das schon irgendwie für sich selber das kriegen die schon eigentlich selber gebacken noch eine ne warte warum soll ich dich heilen lockt die alte mal eben nochmal an wo ist die denn weiß ich nicht über dich mal ich gebe dir jetzt das medipack heil dich dann kommt aber die witch wieder und macht dich wieder kalt das ist doch schwachsinn da ist er da ist er das links 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 hier vorne bei mir das kann ich dich nämlich heilen erst ziemlich sinnvoller ja aber hier wird noch irgendwo eine sein ne ja weil wir werden noch mehr da sein du hast auch gefressen die wird schnell willst du die heiraten oder was auch meine munition werden langsam weniger hoffentlich ist ja das oder hier ist nix hier ist nix hier ist nix hier ist nix hier kommen die ganzen ja das war weiter gehen wir müssen durch durch das werk nein wolltest du nicht doch weil ich gerade überlegen bin ja gucken gerade ob hier was hier oben ist oder müssen wir allgemein hier lang ich glaube nicht wir müssen hinten lang ja da es gibt schnell schnell ich bin voll spitter scheiß ja laden ab na gut dann oh warte mal hier waffen ich lieg hier gerade wo habe ich runter gesprungen hier sind waffen ah geil wo sind waffen hier im raum ne ich nehme wieder eine ordentliche knarre ich sehe kaum noch was vor schmerzen ich habe nichts ich habe nichts anderes ich habe noch nicht mal pillen ja alles klar ach hier hinten ist noch mehr die pack warte mal ganz kurz ja heil dich mal heil mal am besten sofort nick mit boah jau egal nimm du das dass wir nick und rochelle die werden schon auf sich aufpassen können ich habe auch eines genannt und licht lasse ich lieber aus vorsicht also nicht das ist weiter ja ah hörst du die musik ne ich hab den sound ziemlich leise na ja ich kann nur in eine richtung jetzt ballern nein wo müssen wir denn am besten lang noch weiter hoch tippe ich mal ne ja hier oben ist feuer auf jeden fall hier ist licht wie ist hier irgendwo ja wer ist das ja komm mal hier ist ein aufzug ja warte 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 deswegen ja ja du klaust das medipack ich habe es extra liegen lassen wollte ich hänge sofort weg snacken soll ich nein hier ist irgendwas grad vorbeigelaufen ich war doch nicht blind was ach du scheiße nein weißt du was ich hol ne ich hol warte 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 ja deswegen wo kommen die wohl her boah alter boah die meute also muss nachladen ja dann lauf mal na lauf mal und dann lauf mal wo 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 Fire in the hole, fire in the hole. Jetzt müssen wir warten auf die beiden Pappnasen. Boah, ich hab da unten schon keinen Bock. Ich auch nicht. Darf ich mal gleich die erste nehmen? Lass sie mal unter dem Fahrstuhl kommen. Wo ist er? Weiß er nicht. Da, hinter dir. Okay, nice. Heimel, ey, heimel eben Nick lieber. Ja, will ich halt mal. Muss ich ja machen. Wollte das nämlich gerade machen. Dann komm. So. Ich bin gerade am gucken. Wir müssen wirklich das Gebrühe da durchrennen, ne? Müssen wir aber. Ja. Bleib hier. Nicht vorrennen so weit. Ich glaub ganz links lang. Ja. Boah, ey. Mhm. Ich weiß zum Schild die Eierköpfe, aber ich will nicht direkt durchlaufen. Müssen wir aber. Weil wenn er nämlich einmal falsch schießt, hast du die Witch. Ja. Boah, ich bin durch. Ich bin durch. Wow. Jetzt hab ich noch die Witch angeschaut. Blödes Mistviech, ey. Hier ist eigentlich nur noch eins. Einfach mal mit ne Masse reinballern. Schon irgendwas treffen. Safe Womb. Yeah. Geht mal rein. Vielleicht ist hier noch irgendwie ein Medipack, ne? Leider nicht. Ne, ist alles hier drin. Okay. Los, rein mit euch. Knapp mehr Verbandszeug. Mann, Mann, Mann. Nick, Nick. Gewick dich doch mal. Ich bin zu und bin nicht geschafft. Boah. Ja, wieso? Hey, wir haben auch Gleichstand. Gleichstand. Ja, das war klar. Aber echt bald. Ich hab zweites. Geil. Der hätte ja aber Rochelle gedacht. Ne. Geil. Fängt schlechter. Boah, erst mal heilen.